Die Stämme noch zu was sind voll verwurscht. Ich weiß schon nicht mehr wie ich weiter bauen will. So geht es mir auch immer. Weil ich das hier gerne weg machen möchte glaube ich. Also oben im ersten Stock gibt es für jeden ein Zimmer. Ja aber dann schlafe ich allein, ich habe nachts alleine Angst. Du kannst auch gerne ab und zu zu mir kommen. Ich bin nicht immer lieb von hier. Aber nicht kratzen. Ausnahmsweise, aber nur weil du es bist. Hey das ist los, fertig. Usch, ich habe die Tür offen stehen lassen. Ach deswegen riecht es hier. Das finde ich immer faszinierend. Dass die Gummidinger dann meistens am letzten Stamm ganz oben sind. Da nützen sie mir auch nix. Musst du springen. Ach Quatsch. Och, Sprungkraft. Ey da liegt Holz rum. Cool, danke, wer auch immer das aufgebaut hat. Bist du seitlich am Haus? Ja. Das wollte ich gerade. Es wird Nacht. Ja, wieder mal. Wieder mal, wieder mal. Es wäre nichts Neues. Moment, da ist alles was dran. Was wird denn der roten? Puh. Fuh, 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 fuh. Nein. Ja. Einfach weil nein. Ja, ich komme. Au. Amster ist der letzte der letzte der letzte der letzte. Wo ist das gelett? Wo ist das gelett? Ich will ein Skelett. Ein Skelett! Ein Skelett! Red Hamster war schon bei Skelett. Wer ist denn eigentlich der Nerdi? Wer ist denn Nerdi? Das soll schon Nearby heißen. Der Nerdi. Der Hamster spiegelt halt B und D, ne? Hamsterlein. Wer hat's erfunden? Die Hamster waren's. Was spiel ich gerne? Du hast gesagt, Hamster spielst du das gerne? Kommst du ins Bett? Ja, frag ich doch gerade. Ich höre schon ein Zimmer. Wo ist mein... Die Betten sind unten. Habe ich mich extra nach oben ins Haus reingebaut von Baum aus? Das heißt, ich habe jetzt außen eine Drecksäule oder was? Ne, ein Marblefleck. Das sieht man auf der Karte, diesen weißen Strich da. Oh Mann. Du kannst mir jetzt zeigen, wo dieses Marble vorkommen ist. Warte, ich geh das erstmal weg machen. Nicht mehr Sapling. So, ich hab gewusst, in welches Haus, in welches Zimmer ich mich reinbaue. Ich bin so gut. Ich dachte mir, ich mach dein Zimmer dahin, wo es zu deinem Feld hingeht. Ja, der hast du sehr gut gemacht, weil da kommt auch nur ne Klappe hin. Das sieht ja von außen blöd aus. Ja, ich weiß. Weißt du, jetzt habe ich... Wir mal den Setzling. So, wo ist jetzt Marble? Was? Alter, hier hast du das abgebaut. Habe ich da jetzt etwa das Fenster nicht fertig zugebaut? Doch, natürlich. Ah, doch. Sie hat mal wieder Löcher gebaut. Also wo? Gegraben. Ja, dann. Wenn, dann gegraben. Wir haben so wenig Essen und trotzdem rennt sie. Ich hab ganz viel Essen. Ich hab drei Brote und einen Huhn. Ich hab dich ja... Das ist viel. Ich hab dich ja extra gefragt, ob du Essen hast. Naja, ich hab momentan halt, dass es mir ausreicht, aber äh... Viel würde ich das noch nicht nennen. Auf meiner Welt habe ich zwei Stacks Fleisch. Hey, ihr Süßen. Fleisch gibt's bei uns nicht, weil wir sind Vegetarier. Bäh. Ja. Oh, viel. Viel, viel, viel. Gut, gut, gut. Sagte sie und schlachtet sie ein Schweinchen. Hä? Ich rede von viel Marble und sie sagt, schlachtet ein Schwein? Wasch mein Schwein? Ich hab gesagt, wir sind Vegetarier. Sagte sie und schlachtet sie ein Schwein. Warum leckt mein Spiel jetzt? Ich weiß nicht, warum dich dein Spiel leckt. Wäääh! Nein, 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 nein! Hey, das sieht ja... Das sieht voll cool aus. Was denn? Hätte ich jetzt gar nicht von mir erwartet. Was? Alter, lass du mal auf. Brauchst du es wieder? Danke. Blödes Spiel. Wir sind immer noch hier drin. Was machst du jetzt? Das ist eine Batterie. Oder was war das? Batterien? Jetzt mach das weg. Die zwei Energiequellen oder so was war das? Ich hab kein Gummi mehr. Ah, das ist schon der Extraktor. Wie gesagt, da hinten ist ein Sumpf und im Sumpf stehen viele Gummibäume in der Regel. Du, ich verholzt gerade ein 64er Steck Gummiholz. Gummibaumholz. Also du brauchst das. Gummibaumholz nicht. Das sieht zwar dann glaube ich beim Verdingsen wie Tummelbaum aus. Aber... Jetzt aber. Und beim Verbauen meinste, ne? Kable? Einfach nur weil du das hier nicht ordentlich machst. Was mach ich nicht ordentlichst? Mach... Mach das Tuten. Fenster. Glas als Tuch. Warum hat die da hinten nichts gemacht? Hä? Hamster, du sprichst in Rätseln. Ja, du brauchst, du brauchst doch Glas. Ja, ich hab die doch schon fertig alle jetzt voll. Ich hab mir ja Glas gemacht. Hab du gesagt, dass du willst nur keins geben machen? Hab ich... Ich wollte dir keins geben. Du hast gesagt, geh dir selber machen. Oh ja, da hatte ich aber doch schon völlig gefarmt davor. Ah, ups. Und sollte vielleicht aus dem Algen-Förnis erstmal einen Generator machen. Äh? Der hat ja sehr von Vorteil. Oh, hier ist Eisen. Was will ich denn jetzt mit den Glas-Scheiben? Die sind waren übrig. Achso. Achso, dann werfen wir einfach mal den Dreck, den wir nicht brauchen, zu blazen, ne? Ja, hab ich doch eben schon gesagt. Stefan, ich sag nur Magnet. Ja, das war auch lustig. So, wir haben ab sofort schon mal einen Geothermal-Generator. Das heißt, wir brauchen jetzt auf alle Fälle erstmal noch Tanks. Und dafür brauchst du das Glas. Und da, nicht gerade wenig, machen wir einen Fünfer. Im Ofen ist auch noch Glas. Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab dir aber Glas aber auch zugeworfen. Hab ich jetzt wieder Bonus? Ich glaub, er braucht Blöcke und nicht Scheiben, oder? Ja, da hab ich ihm aber auch gegeben. Mein Metall ist so voll. Wie wärs mit Ausleeren? Geht nicht, ich brauch alles. Dann kann ich dir nicht helfen. Wenn du sogar schon den Project Table benutzt, wo du alles drin lagern kannst. So, als nächstes brauche ich eine Pumpe. Eine Pumpe. Eine Pumpe. Eine Luftpumpe. Boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Können wir in vier Minuten so kurz, kurz, kurz cutten, damit meine Datei nicht ganz so groß wird und so? Ich glaube, dann haben wir zwei Stunden, oder? Ja, aber ich will nicht aufhören. Eiskalt. Beziehungsweise, ich glaube, wir bräuchten ein bisschen mehr als vier Minuten. Ich glaube, ich habe ein bisschen früher gemacht. Ja, ich auch. Bei mir sind es jetzt genau zwei Stunden. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Auf jeden Fall trotzdem kurz kacken. Kacken? Ja, wir können auch kurz kacken gehen, oder? Stimmt. Dieser ist ekelig. Aber eklig. Aber eklig, sagt sie. So. Mir gefällt das nicht. Dann reißen sie es wieder ab. Okay. Ich mache das jetzt ganz anders. Das schaffe ich schon schnell genug. Ha. Ich habe Fraps kurz nun ausgemacht. Hast du auch, äh, hast du heute wieder alles mit Fraps aufgenommen? Nein. Oder benutzt du heute auch Audacity? Ja. Hat sie doch eben gesagt. Denn wenn ja, musst du beides beenden. Wieso? Ja, du kannst auch da sich ja auch weiterlaufen lassen. Stimmt. Ich habe nicht mal einen Bruchteil der Sekunde gebraucht. Ich habe nur an und ausgemacht. Ach so. Das fällt doch gar nicht auf. Auch sein, dass es daran liegt, dass meine Aufnahme so ruckelt gerade. Wir können auch kurz mal eine kurze Aufnahme Pause machen, wenn du möchtest, Hamster. Ja. Ja? Wäre dir das lieb? Ja, ja, ja. Das war jetzt ruhig an und aus gefallen. Ja, das war dein Problem. Ja, Leute, ich würde sagen, ihr seht wahrscheinlich irgendwo einen ganz kurzen Schnitt. Und ihr merkt einfach nichts davon. Genau, wir sehen uns einfach gleich wieder, wie als wenn nichts gewesen wäre. Also, jetzt oder wie? Ja. So, da sind wir wieder. Da, so. Ihr habt natürlich nichts mitgekriegt. Da war gar nichts. Was war da? Was erzählst du? Ich weiß von nichts. Ja, genau. Genau, genau. Wir wissen von nichts. Unser Name ist Hase. So wieder. Der ist Hase. Der Müllmann mit den zwei langen Ohren. Äh, ich weiß nicht mehr, was ich bauen wollte. Eine Pumpe. Genau, eine Pumpe. Ja, genau. Eine Pumpe. Oh mein Gott. Ich will ja jetzt nicht meckern, ne? Was? Aber ich glaube, wir haben schon wieder kein Eisen mehr. Oh nein. Ich habe acht im Inventar. Wir müssen die Haare geben. Ja, komm. Haben wir keinen Strom mehr? Strom ist aus. Die Strom ist aus. Wird Zeit für ein Geothermalkraftwerk. Oh, ich habe es flippen gehört. Aber wenn es so flippen tut, dann ist immer irgendwas Putt-Putt. Ja, Putt-Putt-Strom ist es. Ach, ich habe meine Axt weggeschossen. Hier Eisen. Das Fruppen kenne ich noch. Aber ich glaube, es war... Toll. Meine Mental ist voll. Verlang ich mir dran. Das ist mal wieder. Aber das Fruppen kenne ich noch. Das ist das typische Tech-It-Fluppen. Könnt ihr euch merken. Tech-It-Fluppen. Genau, und das Schlimmste ist quasi, wenn man sich da auslockt und wieder einlockt... Dann grünst du ein bisschen auf den Ohren. So, komm. Das sieht alles nicht so schön aus. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich da einen Boden. No, 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 no. La, 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 la. Was war das denn was für ein Lied? Na, 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 na. Na, 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 na. Das Geothermal, wo baue ich denn das hin? Eigentlich... Ach, das war das... Vorerst mal unterirdisch. Die hatten wir heute schon mal. Ja, Geo und so, ne? Schreibt's in die Kommentare. Daher kommt jetzt der... Mir könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes bauen soll nach dem Haus hier. Und nein, Klo braucht mal keins mehr, haben wir schon. Ja, kriegen wir kein Klo ins Haus? Ja, Häusereinrichtung zähle ich jetzt da mal nicht dazu. Oh, sowieso. Da kommt ja noch einer. Nein, ich mache mich nicht lustig über dich. Warum ist das hier so komisch? Da müsste ich eigentlich hier nochmal eine Badbox mit hinbauen. Komm zu klar, um die Ecke und mechselt mich ab. Ich sie es kommen. Ich habe Angst. Oh, ich werde zu viel Marble berochen. Okay, dann bauen wir nochmal eine Badbox. Ne, Bad, 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 Bad. Ich habe Bad, 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 Bad gemacht. Eins, zwei, drei. Mein 2 war aber gut. Nein. Deins hab ich woanders schon gehört. Ja. Hm? 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 Ihr seid doof. Es wird nass! Gehen wir schlafen? Aber ich steh doch grad so auf dem Dach. Okay, wir gehen nicht schlafen. Upsch! Wir sind ja alle am Haus, dann können wir auch schlafen gehen. Scheiße. Also noch ganz kurz müsst ihr warten, dann bin ich einverstanden. Warten? Dann mach ich mich auf Nachhauseweg. Weil ich will da fackeln. Und die Tür, die will ich hier. Es waren noch keine Wände, aber hier sind Türen. BAMS! 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 Kabel, oh Kabel! Um noch einen YouTuber zu zitieren. Jetzt reicht's aber für heute. Irgendwas hat sich denn irgendwas gebrochen. BAMS! BAMS! BEDERIA! Wie sieht's denn jetzt aus mit Betty? BAMS! Ja, ich bin unterwegs. Ich, 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 äh... BAMS! 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 Ich hab ganz viele Menonen, wer essen möchte. BAMS! 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 Erzähl da was. Ja. Ein paar hab ich gekriegt. Zeigstück. Und nem 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 nem.